Ja, geht das los im Rückgang-Aufschlag von Aruna. So Schwankungen drin in seinem Spiel. Wenn es bei ihm läuft, dann ist es überragend, weil er da tolle Bilanzen seit Jahren, die er da spielt für Müllhausen. Und hat es fokussiert. Ja, wieder klasse genommen. Die Aufschläge von Aruna, dass er gar nicht ins Spiel reinkommt. Und da ist der Handlaut das Ding wieder hier gewinnen, diese Spiele. Aber da kam der Gegner rein. Und jetzt ist es mal umgekehrt. Ah, der spielt natürlich auch Bälle. Boah, jetzt nochmal mit der Rückhand. Leitschnitt. Annahmen mit der Vorhand. Misslingt jetzt. Boah, was denn? Was ist denn überhaupt noch holt da, Aruna? Aber der Block hier. Und jetzt nochmal Ballwechsel drin in dem Spiel. Ja, jetzt nochmal Flip nehmen. Aggressiv, aber extrem stark. Der war nicht einfach eben. Aber auf die viele Aufschlag-Aufschlag-Aufschlag-Fehler gemacht. Ja, und jetzt kommt der Leitensatz. Die war anfangen. Das war eben, hat Aruna Zeit gehabt. Aruna mit der Rückhand. Ja. Aber da, da hat er. Aruna bewegt sich gut und setzt er mit seiner starken Vorhut nach. Wir spielen hier komplett durch. Ah, jetzt der Flip. Boah, parallel. Also Vor- und Gegentopf finden. Das ist Aruna eine Augenweide. Ja. Jetzt wieder Ballonabwehr. Jetzt geht er rum, Aruna. Oh, wenn er den noch macht. Dass er das so weiterspielt hier, das Niveau, das ist ja. Ja. Ja, fünf Match. Was war das denn für ein Aufschlag? Was war das denn für ein Aufschlag? Then ま sayin. h. ein j Vielen Dank.